ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Der Hamburger SV befindet sich derzeit in Verhandlungen mit seinem jungen Talent Fabio Balde über eine mögliche Vertragsverlängerung. Balde, der als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente des Vereins gilt, hat in der vergangenen Woche erstmals für die erste Mannschaft des HSV auf dem Platz gestanden. Der 19-Jährige wurde im Zweitligaspiel gegen den 1. FC Köln eingewechselt und feierte damit sein Debüt für die Profis. Die Vertragsverhandlungen unterstreichen das Vertrauen des HSV in Baldes Potenzial und die Absicht, ihn langfristig an den Verein zu binden. Mit seiner starken Leistung in der Jugend und dem beeindruckenden Debüt in der ersten Mannschaft hat Balde gezeigt, dass er das Zeug dazu hat, sich im Profifußball zu etablieren. Für den HSV ist die Vertragsverlängerung von Fabio Balde ein wichtiger Schritt, um das eigene Nachwuchskonzept weiter voranzutreiben und junge Talente zu fördern. Balde könnte in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Mannschaft spielen und der Verein möchte sicherstellen, dass er seine Entwicklung weiterhin in Hamburg fortsetzt. Die Gespräche über die Vertragsverlängerung dürften in den nächsten Wochen intensiv fortgesetzt werden, um eine Einigung zu erzielen und Balde langfristig an den HSV zu binden. Der Torhüter Marco Johansson verlässt den HSV und wechselt zum Zweitliga-Konkurrenten Eintracht Braunschweig, nachdem er seinen Vertrag beim HSV aufgelöst hat. Laut einem Bericht der Bild erhielt Johansson im Rahmen der Vertragsauflösung eine Abfindung in Höhe von 150.000 Euro. Johansson war beim HSV in Ungnade gefallen, nachdem ihm eine lustlose Einstellung vorgeworfen wurde, die sich negativ auf seine Leistungen in Testspielen auswirkte. Aufgrund dieser Entwicklungen hatte der schwedische Torhüter seine Position im Team verloren, was schließlich zur Vertragsauflösung führte. Mit dem Wechsel nach Braunschweig erhält Johansson nun eine neue Chance, seine Karriere in der zweiten Bundesliga fortzusetzen und sich bei einem anderen Verein zu beweisen. Für den HSV bedeutet der Abgang eine Möglichkeit, den Kader weiter zu verkleinern und Platz für neue Verpflichtungen zu schaffen. Laut mehreren deutschen Medienberichten scheint an den Gerüchten um einen möglichen Wechsel von Jakob Medich zum Hamburger SV aktuell nichts dran zu sein. Entgegen vorheriger Spekulationen befindet sich der HSV offenbar nicht in Verhandlungen mit dem Innenverteidiger von Ajax Amsterdam. Stattdessen berichten die Medien, dass der VfL Bochum in fortgeschrittenen Gesprächen mit Medich steht. Dies deutet darauf hin, dass der Bundesligist gute Chancen hat, den talentierten Abwehrspieler zu verpflichten. Sollte der Transfer zu Bochum zustande kommen, wäre ein Wechsel zum HSV endgültig vom Tisch. Für den HSV bedeutet dies, dass er sich in der laufenden Transferperiode nach anderen Alternativen umsehen muss, um die Defensive zu verstärken. Patrick Pfeiffer könnte den FC Augsburg in diesem Sommer verlassen, nachdem der Innenverteidiger seinen Wechselwunsch bei den Vereinsverantwortlichen hinterlegt hat. Der 24-Jährige ist mit seiner aktuellen Situation unzufrieden und strebt nach mehr Spielzeit, welche ihm in Augsburg bislang nicht gewährt wurde. Bereits im vergangenen Winter gab es Gerüchte über einen möglichen Transfer von Pfeiffer, doch ein Wechsel kam damals nicht zustande. Nun könnten diese Spekulationen wieder aufleben, da Pfeiffer offenbar entschlossen ist, seine Karriere anderswo fortzusetzen, um seine Entwicklung voranzutreiben. Ein potenzieller Interessent könnte der HSV sein, der auf der Suche nach Verstärkungen für die Innenverteidigung ist. Der HSV hatte bereits in der Vergangenheit ein Auge auf junge und talentierte Spieler geworfen, die sich in der zweiten Bundesliga oder darüber hinaus weiterentwickeln können. Ob der HSV tatsächlich zu den Kandidaten zählt, die Pfeiffer verpflichten könnten, bleibt abzuwarten, doch angesichts seiner Wechselabsichten könnte sich der Markt für den Innenverteidiger schnell entwickeln. Laut der MOPO werden die Spieler Nicolas Oliveira, Bilal Yalcinkaya und Anzi Suhonen nicht im Kader für das bevorstehende Spiel gegen Hertha BSC stehen. Stattdessen sind alle drei für das Aufgebot der U21 des Hamburger SV vorgesehen. Diese Entscheidung überrascht einige Experten und Fans, da einige der Spieler gute Vorbereitungen gespielt haben und sich dadurch Hoffnung auf Einsatzminuten bei den Profis machen durften. Darüber hinaus bleiben auch die Spieler Hermann, Seifert und Silla vorerst für die U21 eingeplant. Für diese Spieler ist es aktuell vorgesehen, sich in der zweiten Mannschaft weiterzuentwickeln und dort auf Einsatzzeiten zu kommen. Die Entscheidung, diese Akteure im U21-Kader zu belassen, zeigt, dass der Verein weiterhin großen Wert auf die Entwicklung seiner Nachwuchsspieler legt und ihnen die Chance geben will, sich auf einem wettbewerbsfähigen Niveau zu beweisen, bevor sie möglicherweise wieder in die erste Mannschaft aufrücken. Das waren die Fähigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.